Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder Rosenklein, ich darf Sie ganz herzlich zur Messekonferenz an diesem heutigen Tag begrüßen, hier in der Skalipo City, offizieller Anlass ist die Eröffnung der Kinder-Spiel-Welt, der Inlog-Werde-Kinder-Welt, ich bin aber nicht alleine, wir haben natürlich auch so nahe zu Tschechien, tschechische Gäste, tschechische Journalisten, aber ich darf mich anstelle etwas Ähnliches wie Österreich. Das ist eine große Ehre, dass die Kommunistische Gäste zu werden, dass wir hierher kommen Das ist eine große Ehre, dass die Kommunistischen Gäste zu werden. Wir haben ein sehr guter Freund von Thomas und Thomas, der vom Französisch in Deutsch übersetzt, Und wir haben auch eine Dolme-Geschichte hier, die dann vom Deutschen wieder ins Tschechisch übersetzt wird. Also jeder wird hier alles verstecken und dann rausgehen und sich auch kennen. Ein paar Fakten nun zu Extralio City. Vor 17 Jahren wurde hier eine Extralio City eröffnet. War ein reines Einkommenszentrum mit 60 Lich. Müssen hier auch Kinder zu Krieg gestellt werden. Und es wurde im Jahr die Kinderwelt Outdoor eröffnet. Sofika und auch Rodinova Autogrammiare des Innske Universität Tomaschka. Nur ein paar noch und dann hören wir auch schon auf, damit sie dann auch ihre Fragen stecken. Daher befinden sich Ermäßigungen und die trockenen, die berühmten. Denn jedes Kind kann Deutsch-Tschechische. Aber es wäre schön, wenn Sie jetzt die Fragen stellen und danach nur kurze eigene Hinweise machen. Weil wir um 18 Uhr und dann müssen wir auf die große Bühne besuchen. Moment, Moment, ich habe vergessen. Natürlich habe ich vergessen, warum ich sage... ...neu eröffnet mehr ins Kinderwelt. Eine Welt, die den Kindern viel Spaß, Freude, Unterhaltung und vor allem Aktivität bieten soll. Ich habe mir dann für diese Eröffnung überlegt, was könnte man hier veranstalten, um dem Ganzen sozusagen einen würdigen Rahmen zu verlegen. Und habe mich da ein bisschen besonnen auf meine Kindheit und bin eigentlich auf den Motivator schlecht hingekommen. Und das war Winnetou. Winnetou hat mich und ich glaube die Generation vor mir und nach mir begleitet, hat uns inspiriert, er hat uns die, wie soll ich sagen, die ganz tollen Gefühle von einer wertvollen Freundschaft was geschenkt, dass ich gedacht habe, wenn ich heute sozusagen diese Kinderwelt eröffne und den Kindern eine Freude mache, dann will ich den großen Kindern unter uns auch eine Freude machen, indem wir einmal den echten Winnetou, den einzigen Mal Winnetou persönlich sehen. Und ich bin ganz dankbar, ich bin sehr glücklich, dass wir hier sitzen. Vielen Dank! Ich freue mich sehr, dass Sie heute achtet haben und Sie haben an vielen Qualitativungen beigenommen. Da sind jetzt auch hier noch Leute an dem Zitat, an dem die ich zur Qualität habe. Vielen Dank. Als Projekt, ich gehe in Amerika, und ich gehe mit den Indien, die mich gegründet haben. Ich gehe in Kontakt mit den Indien für einen großen Moment, um ihre Weise zu leben, und um mich sehr gut zu unterstützen. Ich stehe sehr fort. Die humanitären Aktionen stehen im Moment nicht. Alles ist möglich. Ja, alles ist möglich. Warum nicht? Gut, also dann würde ich sagen, wir gehen mal vielleicht der Reihe nach. Danke vielmals. Wenn ich jetzt keine Fragen mehr gebe, dann darf ich es nochmal verweisen auf 18 Uhr, und das große Schubel hinter uns, mit der Pris aus einem Publikum, die ich vorlesen. Wie in Chinas und das Orchester, die sie spielen, können Sie noch ein paar Fotos machen. Ich gehe in der großen Räste, der nicht mehr ist, weil wir noch nicht mehr wenn ich im Spielstrahl machen. Jetzt werden wir noch nicht mehr, weil wir noch ein paar Räste haben, in das Bühne im 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 Bühnen. Das ist auch ein paar Räste. Vielen Dank.